ja zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu kummer den konkurrenstufe und 1 gegenschlag auf seiten des softwares remastered ganz genau und wir waren letztes mal hier in dieser dieser komischen mission weil ja ich habe hier keinen überblick ich weil wir mussten diese einheit hier beschützen aber ja das ist irgendwie so wollte so da kommen meine einheit nämlich jetzt da kommen jetzt nämlich einheiten zum glück und die marmot panzer die könnten direkt mal in sicherheit gehen da kommen wir die nächsten verstärkungs truppen so sagt die kampf panzer können in sicherheit gehen da oben ja weil ich brauche hier jede einheit das ist einfach so ja da geht es direkt schon geladen hier los ja toll wenn die tesla panzer kommen dann kommen hier auch diese drecks chrono panzer macht die im arsch so alles klar leute so perfekt perfekt kommen hier nicht irgendwelche schlachtkreuzer noch ja gut dann macht ihn kaputt ach verdammt dann tauch unter dann tauch unter blödes u-boot so versuch mal den zerstörer da im all nein nein verdammt egal gut leute zerstören sie alle verbleibenden truppen gut das kriegen wir doch mit denen hin ich habe aber auch kein geld oder so eine warum gegeben die uns hier invasoren das verstehe ich nicht leute egal die kriegen die schon platt da diese mannicken und ja liebe leute dann freue ich mich dass ihr immer wieder hier dabei seid beim guten alten corne conquer remastert und ja wie war jetzt hier hoffentlich relativ schnell diese mission hier abschließen weil die hat mich doch unerwartet eine folge gekostet und er geht natürlich immer schön auf meine tesla panzer so dass wir meine tesla panzer in ruhe so meine mask panzer da sind schon wieder die drei schaut euch das an da sind schon wieder die drei hier die drei wichser sorry die drei blöden hunde genau das war gerade nicht frei tut mir leid dass da so was rausrutscht manchmal ist es halt manchmal echt nervig so alles klar aber die die basis hier kriegen wir platt von denen so perfekt paar tesla panzer noch dabei dann läuft die sache der hat einen sammler oder was habe ich da gerade gesehen habt ihr noch ein sammler okay interessant was zur da kommt verschärkung tesla mannicken oh wie geil leute tesla mannicken oh genug saft drauf hier oh geil tesla mannicken ach wie geil leute da haben wir jetzt endlich mal hier die guten wie heißen die staathilfe gefällig tesla trooper jawoll Leute geil dann kann das ja nur gut werden jetzt hier so wo ist denn der schlachtkreuzer bis der schleich schlachtkreuzer der mich in der letzten folge abgefragt hat tesla mannicken hey kommt ihr mal mit volle ladung sicherung energie nummer eins ja dann zeigt mal eure kraft hier und zack 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 volle ladung ganz genau hat die russen die haben so geile einheiten wirklich energie nummer eins interessant so ja dann lasst den kommen das ist ja nicht schlimm bern bern hallo du ihr auch bitte was zur hölle so alles klar leute habe ich jetzt meine tesla trooper ach du heilige wo fährt der denn her ja toll danke du warst mir eine nicht existente hilfe und ihr doch ihr schafft den panzer ne licht aus ja genau ihr schafft den panzer ihr könnt nämlich nicht überfahren werden schau dich das an genug saft drauf ja so dann mach die platt so perfekt leute so gut dann hat er wahrscheinlich hier oben noch ne ach du scheiße ja mit sicherheit hat er da noch basis mit sicherheit was so da kommen noch mal verstärkungen von wo denn wir haben hier noch ein paar sachen aber invasoren brauche ich jetzt nicht unbedingt ah der hat noch einen sammler seht ihr aaa noch mehr ey da ist ein bunker krass Leute den habe ich gar nicht gesehen diesen tarnbunker da hey wie in dieser einen regulären mission so dann tesla mannequin zeig mal was ihr drauf habt hier so mach den im arsch so genug saft drauf sicherung rein die sind ja geil sicherung rein ja fahrt ihr mal bitte direkt hier runter nein bitte diese ki hier dass man die immer manuell steuern muss ja das ist bescheuert aber gut das ist halt sehen und sehen cnc ki die ist immer blöd in jedem kone conquer teil so na gut dann würde ich sagen gehen wir mal in die letzte basis von denen hier rein gut dann werde ich das speichere ich aber wir sind doch definitiv weiter als vorher Leute so dann macht ihr mal bitte und die sich das ganze mannigen mal weg hier so hier zack ach du heilige geschütztürme bunker was zur was zur oh nein gut dass ich gespeichert habe diese drecks diese drecks chronopanzer ja toll spiel laden scheiße aber gut zum glück habe ich vor dem angriff gespeichert äh so dass das äh ja kein problem sein wird mehr dann lasse ich den angriff einfach bleiben so und äh ja warte die chronopanzer ab diese peder so wo bleibt ihr komm raus chronopanzer zerstören sie alle verbleibenden truppen ja toll so ich habe so viele tesla mannigen ne ha soll ich das sagen dann nehme ich mir einen mammopanzer lasst die bunker auf den schießen da sind sie ha da sind die penner so und platt machen die scheiße so alles klar ja da ist nämlich noch einiges gebacken da oben äh die bunker die werden nämlich die tesla mannigen äh direkt platt machen da ist jetzt allerdings die frage ob fahr einfach mal rein moment nein 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 moment ja das war jetzt blöd von mir speichern ist so ein 11 addon so dann fährt der nämlich einfach mal rein während ich mit denen hier diese dreckstürme weg mache so oh nein das hat nicht das hat nicht geklappt shit gut dann nochmal laden Leute weil irgendwie muss ich da ja jetzt rein oder ich würde sagen einfach die den geschütztürme zuerst machen so die geschütztürme zuerst so so gut der eine Mammut ja toll ja scheiße alle weg oh man aber das könnte klappen wartet mal das könnte klappen könnt ihr bitte alle drauf schießen da wie blöd seid ihr bitte ja so der Mammut ja das war's wieder shit scheiße dass die da auch unbedingt so so heftig verteidigen müssen das ist ja aber egal Leute ich hab ja alles andere mittlerweile platt gemacht ja hier ist noch der hier und die paar Mäniken noch die drei Mäniken und ich hab noch Invasoren aber irgendwas muss ich mir da doch jetzt einfallen lassen ich hab drei Mammutpanzer die müssen doch ausreichen dafür drei Mammutpanzer müssen doch gegen diese läppige Verteidigung ausreichen oder nicht Mammut die Bunker erstmal in Ruhe lassen Leute wichtig ist dass diese Dreckstürme platt gehen ja so einfach kann's gehen Leute so ja egal zwei Stück haben wir noch so so ähm ja so okay dann kommen jetzt hier die Tesla Mäniken zu so und ihr macht den Bunker im Arsch so sehr schön Leute oh sehr gut alles klar gut wir haben die Verteidigung platt gekriegt sehr schön Leute sehr sehr gut so dann macht die Mäniken mal platt da puh ach du Heilige brauche ich vielleicht doch die Invasoren Alter wie viel baust du denn hier verdammt noch mal mach die Scheiße weg so meine Güte dann brauche ich vielleicht ja wohl ich hab aber kein Geld Moment nö wozu also ich hab ja kein Geld dafür so macht die Energie platt dricks dricks mir nicht nee wirklich so Zweikampf Panzer und Mammut das kann ausreichen wenn man das jetzt taktisch hochwertig macht oder macht immer das da im Arsch ich hab keine Ahnung wozu ich die Invasoren brauche Moment ich hab ne andere Idee haha ich hab ne andere Idee ich kann mir ja ein Silo von dem klauen hier ich kann mir ja ein Silo von dem klauen eine Chronosphäre okay ich speichere das mal bitte bevor ich da irgendwas verkacke Mission 11 Add-On ja die Mission ist größer als ich dachte ey nicht dass das Ding im Arsch geht und dann ich dann verloren hab oder so so nö okay ja okay gut dann mach mal das Ding im Arsch und dann nehm ich das gleich mal ein mit den Invasoren die ich hier hab so 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 neue Bauoption ja toll das bringt mir relativ wenig ähm wenn ich hier keine kein Geld hab Moment mal hier war doch ne Kiste drin na gut egal hier war schon irgendwie hin hier ach du nein ah scheiße zwei Verteidigungstürme mein Gott wie soll ich das denn noch hinkriegen jetzt aber ein Silo zumindest ein Silo kann ich mir nehmen von dem so da kann ich zumindest ne Einheit bauen das ist doch auch schon mal gut wie viel kriege ich dafür oh geil auch ne Energie dauert das halt ewig aber oh geil ich kann Einheiten bauen hey das ist doch mal nicht schlecht Leute echt nicht schlecht so dann machen wir hier die Sachen platt dann hoffe ich mal dass wir das gleich hier geschafft haben ey muss man echt mit nem Invasor arbeiten hier das ist ja wohl nicht wahr ach du Heilige fast im Arsch ey Panzer M1A1 ah ja ok ha schaut mal ne rote Artillerie geil und die kann jetzt den Geschützturm platt machen kannst du den Geschützturm platt machen ja sehr gut ok alles klar perfekt Leute dass ich da echt jetzt so vorsichtig noch agieren muss das ist übel übel Leute aber gut nicht schlimm das ist halt so gewollt vom Spiel äh ja dann verkauft das Ding kann ich vielleicht noch eine oh ist so ja gut egal dann hab ich noch ein paar Manik zumindest hier machen die Panzer mal den so könnt ihr nicht diesen Schützturm da platt machen doch sehr gut gut dann mach den bevor der Sammler wieder abhaut na verdammt perfekt Leute so wir haben jetzt zwei Artillerien dabei nein wie blöd muss man denn sein wirklich so ja danke aber das war's glaube ich auch schon ne so die Artillerie macht dich schön platt sehr gut und zack war's das jetzt mehr kann er doch wirklich nicht mehr haben ey ja die Schiffe noch aber ich glaube nicht doch ich glaube nicht dass die Schiffe noch platt gemacht werden müssen oder das wäre scheiße da ist noch ein Sammler so das ist meine letzte Hoffnung dass gleich Einsatz erfolgreich kommt was was warum nicht was soll das ach Leute was soll das ist hier noch irgendwas im Schatten oder so ach ja der Bauhof toll schön versteckt naja gut gut dann macht ihr alle mal diesen Bauhof da platt der irgendwie mehr aushält als sonst haben wir's dann so immer noch nicht warum das denn nicht Leute muss ich jetzt ernsthaft die Schiffe noch platt machen mit diesen drei Einheiten das kann ich jetzt irgendwie nicht glauben gibt's hier vielleicht noch was teilt euch mal auf ich muss jetzt suchen hier wo hier noch was ist theoretisch ey man 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 so der ist platt fahrt mal da unten hin bitte da ist nichts mehr muss ich ernsthaft jetzt noch diese Schiffe da platt machen oh man das wär scheiße Leute das wär richtig kacke fahrt mal da unten hin oh gut mal gucken so wir haben doch hier jetzt alles platt gemacht oder bringen sie den Prototypen heil zurück ja aber der ist doch hier hä das säcke ich gerade wirklich nicht Leute hä da sind noch zwei Schiffe ja aber da sind noch zwei Schiffe so speichere das mal mission 11 add on so dann versuch sie mal zu beschädigen so sehr gut ey nein 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 um Gottes Willen so muss ich echt jetzt hier die Schiffe noch platt machen Mann 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 was ein Scheiß wirklich was ein Scheiß so so fahr wieder zurück fuck so so okay gut die wollen mich verkack eiern ne die wollen mich echt verkack eiern hier so fahr einfach wieder so was ist das denn für ein Schrott was ist das für ein Schrott Mann das kann doch echt jetzt nicht sein meine letzte Chance das U-Boot hier ey das ist schon mal weg sehr gut und zack so ich muss mich schon ein bisschen konzentrieren gerade so Katz und Mausspiel mit dem Scheiß Schiff hier so ja und bleib einfach da stehen das ist natürlich auch eine Maßnahme so oh Mann ne oh sehr guter Treffer sehr sehr guter Treffer oh nein 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 ja okay jetzt kann ich hier so mach den endlich im Arsch schieß doch drauf das ist doch bescheuert das war doch echt bescheuert muss ich da echt noch die Schiffe platt machen ey oh Mann oh Mann naja gut dann haben wir die Mission ja endlich nach zwei Folgen meine Güte gut alles klar da hätte man auch nur eine Folge verbrauchen können ne aber gut egal Bonusgalerie freischalten abschließen Frankreich Probefahrt jawohl Leute ja wir haben keine Gebäude verloren da fehlt die Anzeige interessant und wir haben 204 alliierte Einheiten glatt gemacht ja okay gut Leute dann würde ich sagen gucke ich mir noch die Bonusgalerie an und äh möglichst ohne Spoiler aber ich weiß dass wieder einer kommen wird wieder eine weiße Mission das ist doch zu hey wir sind in Frankreich und wir haben weiße Missionen naja gut Bonusgalerie noch kurz was ist das denn die Hintergrund Hintergrund Illustration des Jack Angustjägers außer Langstufe Rot ja cool sieht schon cool aus so gut Leute dann würde ich mal sagen wenn euch diese Folge hier gefallen hat dann lassen wir doch mal gerne mal Like oder Abo da und aktiviert mal die Glocke würde ich sehr freuen und ja dann würde ich sagen bis hier weiter geht es nicht mehr beim nächsten Mal und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag ne tschü tschü Dann